Seit 2016 neu am österreichischen Markt sind die E-Bikes des französischen Herstellers Mustache. Speziell für urbane Alltagsfortbewegung ist das LearnDi 26 Zoll entwickelt worden. Tiefer Einstieg und aufrechte Sitzposition in Zusammenhang mit dem typischen Mustache, also Schnurrbart-artigen Design des Lenkers, sorgen für entspannte Arbeits-, Shopping- und Freizeitfahrten. Mustache setzt auf Bosch Antriebstechnik. Im LearnDi kommt der Bosch Active Cruise zum Einsatz, dazu ein 400 Wattstunden Akku. Wer schon mal dem Bosch Antrieb gefahren ist, erlebt dessen Vorzüge genauso im Mustache LearnDi. So ist die Unterstützung kraftvoll, agil und unmittelbar einsetzend. Die Reichweiten sind beeindruckend gut. Selbst ohne Zurückhaltung bei der Wahl der Unterstützung kamen wir im urbanen Verkehr locker auf 70 Kilometer Etappen bei genügend Restreichweite. Aber punkto Reichweite muss ohnehin jeder selbst entsprechend der persönlichen Einsatzbedingungen sein Optimum herausfinden. Das Intuvia Display ist wunderbar einfach zu bedienen und übersichtlich abzulesen. Freude bereitet auch der eingebaute stufenlose Novinci Antrieb N360. Sanft und stufenlos wird die Kraft übertragen, passt optimal zur Charakteristik dieses Elektrofahrrades. Worauf man bei Mustache noch hinweist, das ist die besonders aufwändige und extravagante Rahmenkonstruktion, die einen wesentlichen Anteil am ruhigen Fahrverhalten ausmachen soll. In der Tat fährt sich das Pedelec unauffällig und problemlos. Sicher auch ein Verdienst der Schwalbe Fat Frank Ballonreifen. Die Sitzposition erinnert an die typischen Hollandräder, was zum Guteil dem typischen Mustachlenker zu verdanken ist. Zwar edel im Design, aber etwas unpraktisch bei Kurvenfahrten, das 10-Lux-Frontlicht ist formschön integriert, dreht sich aber beim Kurvenfahren nicht mit dem Lenker mit, was in dunklen Umgebungen schon stören kann. Das Mustachleundi verfügt weiters über eine gefederte Sattelstütze, ein Rahmenschloss und hydraulische Shimano M355 Scheibenbremsen mit 18 bzw. 16 cm Durchmesser. Am Gepäckträger können etwa Ortlieb-Packtaschen sehr leicht montiert werden. Das Modell ist nur in einer einzigen Rahmengröße erhältlich, die aber für Körpergrößen von 157 bis 190 cm passen soll. Alles in allem ist das knapp 26 Kilogramm schwere Mustachleundi, ein formschönes, praktisches und dank Bosch-Antrieb agiles und alltagstaugliches Pedelec mit sehr guten Reichweiten. Listenpreis der Version Lundi Nuvinci knapp 3500 Euro.